So, ich werde euch aber jetzt nochmal mitnehmen, einmal hier um den kleinen Teich. Hier gehe ich auch ganz gerne mal mit dem Huhn spazieren. Ja, wunderschön angelegt hier, als dieses Neubaugebiet entstanden ist. Dann wollen wir mal, geschützt durch den Regenschirm, sollte da ja nicht zu viel passieren, wobei die Kamera ja auch wasserdicht ist und auf jeden Fall wasserfest, nicht wasserdicht, wasserfest, bis ein Meter Tiefe. Aber wenn ich jetzt das Wasser hier an der Linse runterläuft, sehen wir natürlich nichts. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen Regenschirm, mein Kopf ist geschützt durch die Kopfbedeckung. Ja, sonst sind immer sehr viele Leute hier mit Runden. Und ja, heute ist keiner hier. Klar, bei dem Wetter. Wobei heute Vormittag war es ja noch schön. Gibt es natürlich nasse Füße hier. So, dann ist hier der Weg. Da unten, wie gesagt, eine riesige Hundewiese. Oder eine Wiese für die Hunde. Und da vorne Thorsten Meier, ein alter Freund von mir. Mal gucken, was der so sagt. Gut, das soll's erstmal gewesen sein von diesem Schmuddelwetter. Bis später dann.